Hallo meine Freunde der Sonne, weiter geht es mit euren Reaction Vorschlägen, also wie immer. Ich bin total bescheuert, dass ich das immer wieder sage. Ich sollte doch mal auf Best Memes Compilation Folge 42 reagieren. Das werden wir auch tun und wir gucken mal rein. Und außerdem ist eine, ich weiß gar nicht, soll das jetzt nicht Lachen Challenge sein? Werd ich eh nicht schaffen, aber gut. Boah, übelst gut gemacht ey. Hey, wie haben die das, ist das ein, haben die das per Beemon gemacht? Oder ich sehe gerade hier auch gar nicht die Strecke. Warte mal, die Strecke. Okay, die läuft aber daran vorbei. Es hätte ja auch ein Ding sein können, aber für einen Beamer. Ich komme gerade nicht drauf, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Sieht da schon ziemlich echt aus. Also ich denke mal, es geht dann einfach hier hin. Aber da würde ich mich ganz ehrlich auch erschrecken, ne? Also allein schon ein LKW, äh, was zwei Augen hat, ne? Ich dachte, es gab ein bisschen Geld in meinem Bank und es gibt nicht mehr. Ich denke, sie haben mich nicht bezahlt. Du hast keine Geld? Nein. Gleich rausschmeißen. Okay, äh, das, ähm, das ist gut gemacht, ne? Und das ist wirklich gut gemacht, hier mit, äh, please reconnect controller, ne? Man kennt's, ne? Man kennt's. Äh, kurz, kurz vorm Rennen. Das hatte ich jetzt irgendwie, mit einem Kollegen, habe ich irgendwas gezockt. Und da wollte man anfangen. Und dann ging's los. Und dann waren die Batterien leer. Also es ging einfach so mein Controller aus. Die ganze Zeit ging der Controller. Und dann wollte man gerade anfangen zu zocken. Und dann ging genau in dem Moment der Controller aus. Das war auch sehr lustig. You're wrong. You're all like, that'll never happen. And then we'll get all cool and you'll be all like, whoa. And then we'll be all like, in your face. And then I'll be all like, Master Skywalker, there are too many of them. What are we going to do? Damn, nigga. Boah, Alter, da würde ich mich aber auch erschrecken. Boah, Alter. Ähm. Get this shit off me! AHHHHH! AHHHHH! If I'm gonna be buttass naked, then the wind could just be hitting my balls and shit. Hey, bro, watch your jet. Watch your jet, bro. Watch your... Watch your jet, bro, watch your... Autopods, roll out. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist wirklich sehr gut gemacht, ne? Also es gab's jetzt schon wirklich so Dinger, wo ich schlucken musste mehrmals. Aber das ist wirklich, also das, äh, das ist schon holler die weit weg. Hey, bro, watch your jet. Watch your jet, bro, watch your... Autopods, roll out. It's scientifically proven that your brain won't let you stub your own toe. See you... Ah, okay. Hey, Sharks, we have a new best friend for your nose. Introducing... Ah, okay. Was ist das? Also, ich weiß ja nicht, das wird ja sowas wie, 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 ja, König der, ne, König der Löwen. Genau, äh, Hülle, äh, König der Löwen. Äh, wie Hülle der Löwen sein, ne? Das wird doch never ever kokain sein, oder? Das kann ich mir irgendwie null vorstellen. Ja, gut, kommt drauf an, was für ein Land das ist, ne? Ich denke mal, das wird eher hier... Weiß ich nicht was sein. Hey, Siri, show me a picture of Tortellini. Oh, that's nice. Uh, hey, Siri, what's going on in North Korea today? Sorry, I can't search the web on Apple Watch. Oh, you lying bitch, you're telling me you come preloaded with Tortellini, you can't tell me about North Korea... Daddy? Not now, son. Daddy? Not now, son. Dad? Not now, son. Son. We tired of playing with your ass, nigga. Today your ass is gonna die, bitch. Say goodnight, motherfucker. Let me put it in a language you can understand. You're gonna be fine. You're gonna be tip-top-shapin', top and toes. Soft, short. We're gonna see him content. Wanna play? Bagel, bagel. Bagel, tear? What do you refer, tear? Stupid dog! You made me look bad! And I was saving it for Susie's wedding day. But... Boah, das erinnert mich voll... Das erinnert mich voll an so einen Streamer oder YouTuber. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Aus England oder irgendwo Südamerika, Brasilien. Ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Oder war das ein Kanal? Ich weiß, es ist ja egal. Der hat doch mal damals, vielleicht haben wir das... Es war ja damals auf YouTube, Deutschland sogar mal in den Trends. Keine Ahnung, vor ein paar Jahren. Der hat doch Spenden gesammelt. Oder war das sogar ein Deutscher? Nee, es war kein Deutscher, oder? Also, keine Ahnung. Ist ja egal. Und der hat ja Spenden gesammelt, den von wegen, weil er in den Rollstuhl sitzt und sowas. Und der ist dann mitten im Livestream, hat er wohl in dem Moment vergessen, ist der einfach aufgestanden. Und konnte laufen. Und der hat das dann, ja, überschnell vergessen. Also, den würde ich sogar noch, weiß nicht, aber wenn ich so einen auf der Straße bin, der bräuchte dann auch einen Rollstuhl. So, the pilot just asked me if I fueled this plane yet or not, because they're taking off right now. I told them I did. April Fools, I didn't. They won't make it past Kansas. You know, maybe that's not fun. FaceTime. Hey gut, andere machen, ähm, die Klappe drauf. Andere machen die Klappe drauf beim Mixer und andere, ähm, machen gar nicht erst die Klappe drauf und fangen an zu mixen, ne? Oh, hier hat die Klappe nix gebracht. Oh, I'm sorry, I thought this was the bathroom. Oh, good Lord. A man has fallen into the river in Lego City. Hey! Okay, das war, das war wirklich witzig. Boah, die... Wollte ich mir auch mal angucken. Aber Sky mag ich nicht. Ich kenne fast alle Fälle hier, ne? Ich kann euch zu fast allen Fällen was sagen. Kein Witz. Äh, weil die meisten Fälle wurden von, von amerikanischen YouTubern schon, ähm, durchgenommen. Ich wollte es euch gerade zeigen, aber es war ja Werbung. Oder von deutschen YouTubern. I know many of you guys want to start a YouTube channel and ask me how to edit a video. Well, my suggestion to you would be to try out Filmora9 Video Editor. Because it's designed for beginners and it's super easy to use and it's totally free to try. All you have to do is drag and drop your media files into the timeline and you can edit it right away. Such as trim, crop, rotate, and so on. You could also use Filmora9's screen recording tool to record whatever videos you like. The most awesome part is, there are tons of assets built in Filmora9. Such as music, titles, filters, and elements. You can also simply drag and drop the effects into your video. If you want more effects, just go to Filmora's online stock library Filmstocks. Download links in the description, you can try it for free today. What the f- Gees doch kähnl. Okay all you guys know. Or we go one at a time. Yeah! 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 Parkour, parkour! Parkour, parkour! Parkour, parkour! Parkour, parkour, parkour! 남 der bald gandus. Come on! Yeah! The most people know what the video description is in the description are. Das war's für heute. Achso, das find ich immer so bescheuert, ne? Das Militärfahrzeug-Action Game hat das erste große Update dieses Jahres erhalten, neu hinzu, kommen in 1.000. Oh, hey babe. Hey. Why are you awake? I pee a little. You pissed in the sheets? Yeah, that's what I just said. Like, just now? No, like 5 hours ago, it's kinda old. Hey, give me some! Hello. Hi. Hi. Come on over here. Come on over here. No, you flipped me off. Come on, coward. No, no, no. Come on. You're not an intellectual. You're a fake and a fraud. Ah! 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 Oh! Ah! Da muss ich mich wirklich richtig krass zusammenreißen. See ya wcze expressed in him school Geschenko. What's wrong with her now? This is how to give it to her in bed. First, the most important part is keeping that bird incredibly moist. Now lift up the skirt. Open up the legs. Look at it, it's beautiful. Now push your fingers in there. One finger in front, two behind. It's all in the wrist action. And just up and down, up and down. And take your time. Das ist echt also. Boah, endlich kann ich ja. Alter, die Videos. Oh, ist das bescheuert. Oh, scheiße, ey. Oh, da waren so bescheuerte Videos. Geht ihr das, wenn ihr so einen Lacher runterschlucken müsst? So die ganze Zeit so. Du darfst jetzt nicht lachen, du darfst jetzt nicht lachen. Es ging so richtig oft, ging mir das so. Oh, endlich. Oh, das war so geil, ey. Oh, schön. Hier waren echt sehr, sehr, sehr geile Clips dabei. Nein, was nicht. Oh, schön, ey. Oh, geil, warte mal. Ich finde jetzt, glaube ich, so schnell keinen Clip, den ich mega... Alter, den fand ich... Warte mal. Den fand ich übelst geil. Der war so geil. Der war so geil, der Clip. Aber hier waren so viele Clips dabei, da musste ich so die ganze Zeit... Da hab ich so die ganze Zeit... Oh, du musst jetzt an was anderes denken. Du musst jetzt unbedingt an... Weil, ich weiß ja, ihr erhofft euch ja, dass ich lache. Und ich wollte jetzt... Da es ja eine Dings-Challenge ist, dass ich halt nicht lachen darf. Da hab ich mir jetzt einfach mal gedacht... Komm, du, du... Ich hab die ganze Zeit so... Ich hab mir die Videos angeschaut und nebenbei so gedacht... Ach ja, was muss ich morgen noch so machen und so, ne. Aber wirklich, hier waren... Hier waren Videos dabei, ey. Alter Fall. Das fand ich auch so bescheuert, ne. Das fand ich so dumm, ey. Hallo. Ja. Ja. Aber ich hab's geschafft. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns definitiv da. Lieber guter Typ. In der nächsten Aufnahme. Bis dann. Haut rein und tschüss. 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 Tschüss.